Diese Hinweis-, Verbots- und Warnschilde sind ein alltägliches Bild für den Autofahrer auf den Straßen. Aber oft kommen sogar alte Hasen in Situationen, bei denen sich die Fahrer eine Faustregel von falsch und richtig aufstellen. Dabei heißt eines der Verkehrsgebote des Club Rittersaaländischer Kraftfahrer, du sollst allen Verkehrsteilnehmern gegenüber rücksichtsvoll und zuvorkommend sein. Nun, wenn sogar die Alten nicht vollkommen sind, wie viel schwerer fällt es dann erst den Anfängern, sich an die Regeln des Verkehrs anzupassen? Sie brauchen besondere Rücksicht. Aber wie kann man sie erkennen, wenn sie am Steuer ihres Wagens sitzen? Aller Anfang ist schwer, steht auf einem Schild, das den Neulingen im Verkehr heute Morgen in Saarbrücken vom Club der Ritter der saarländischen Kraftfahrer übergeben wurde. Es war eine symbolische Handlung, die den frischgebackenen Führerscheinbesitzern die Möglichkeit gibt, diese Schilder als Kennzeichen an Front und Rückscheibe ihres Wagens anzubringen. Die weitere Verteilung übernehmen die Fahrlehrer. Dieses Schild am Auto verleiht nun keine besonderen Rechte an den Wagenlenker. Nur ist zu hoffen, dass ihm im immer stärker werdenden Verkehr etwas Rücksicht entgegengebracht wird. Für die Anfänger gibt das Schild in Verbindung mit dem Entgegenkommen der Kollegen mit Praxis im Laufe der Zeit die Sicherheit, die sie im Verkehr brauchen. Wenn er dann das Schild eines Tages aus seinem Wagen entfernt, wird er wie sie durch seine disziplinierte und vorbildliche Fahrweise ein wahrer Ritter am Steuer geworden sein.